Ich will den Schneemann abschießen. Peter, den darfst du nicht angreifen, der Killtich, der ist mega stark. Alter Dennis, fick dich ohne Wins. Mojang wollte, die arbeiten auch an ganz vielen neuen Spielen. Die werden es nie mehr schaffen, irgendwas so erfolgreich zu machen wie Minecraft. Außer vielleicht Minecraft 2. Minecraft 2, wie soll das denn aussehen? Du hast dich doch auch in dein Bett gelegt, oder, Hadi? Mit noch schlechterer Kraft. Was hab ich? Alter Dennis! Du bist so ein Wichser, was? Bist du in dein Bett gespawnt? Bitte. Komm, sag es mir. Du bist in deinem Bett gespawnt, du kommst sonst wieder raus. Ich hab dich eingesperrt für immer, nehmlich. Du bist im Ding auf Signal eingesperrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Juhu. Ich warte so lange darauf, dass du ein ver- ficktes Bett baust. Du wolltest es nie tun. Nichts hast du es gemacht. Na, Hadi? Alter, ich kann nicht so gut sein. Alter, das muss ich mir jetzt mal gucken. Alter, du bist Holz über hier. Alter, da ist mein ganzes Holz, liegt da noch. Du bist eigentlich gespawnt. Das war der Troll-A-Fete, auf der ich die ganze Zeit geworzt hab. Der hat nie ein Bett gebaut. Ah, Juhu. Weiter nach. Ah, der finale Troll. Wir könnten doch Hadi jetzt oben Wasser reinschütten, oder so? Ich hab ein Wasser einfach dabei. Kann man da reinfallen? Der hat sich versteckt, das hier um die Ecke. Komm, Hadi, sei nicht so scheu. Ich bin zumindest so, mein Setzer. Moment, wieso hast du das jetzt wieder mit Obsidian zugemacht? Ich will nicht. Du hast mich leidigt. Moment, ich mach das nochmal kurz auf. Hadi! Komm schon, du bist das da drüben. Hat der Obsidian? Ohne Scheiß, ich bin echt dafür, dass man von oben hat reinfuckt. Ja, komm, hier. Ich hab ja auch schon oben ne Öffnung. Alter! Aber du kannst ruhig was dazu sagen. Alter, wenn ich jetzt hier drin wieder fahre, kann er nicht sprechen. Ich hab mich jetzt vernünftig eingegeben. Ich lehne ab. Jetzt baust du die Scheiß denn jetzt auch ab? Ja. Sepp. Also, verpisst euch, ihr dreckigen Wichstviecher. Schnee im Sommer. Oh ja. Willkommen jetzt alle zum Gucken. Und es interessiert uns jetzt ne Scheiß-Dreck, ob wir die Sachen aufgesammelt haben? Ohne Scheißball. Wir haben auch alle in unseren Mittal getrunken. Wir haben doch nix davon. Ja, wir sollten denn aufgesammelt haben. Das lag doch alles da, ihr Spacken. Ist das schon ein Piecher, oder nicht? Ja, ich glaub, der glitscht da nur um. Ich kann nicht flauen. Ich las die weg. Lass mal rein. Alter. Alter. Alter, ich bin nicht schnell genug um. Oh, da zündet. Einer, oder? War geil. Kannst ja alle in die Creeper da zündet. Das wird eigentlich mittlerweile nicht mehr so schlimm sein, weil die immer das. Alter. Jetzt musst du einfach mal einer die Scheiben kaputt machen. Und dann, wenn wir die Brust umkommen. Was ist denn das denn für Schwanz? Ich muss die Vollattacke gemacht haben gegen dich. Da, da, siehst du? Jetzt kann ich besser am Löchenslutschen. Peter, ich bin ein Mann, ich weiß, was du willst. Also zwei kommen nicht klar, das ist mir einfach zu viel. Das ist zu lang, ne? Ja, zu viel im Haus. Ich will auch nicht zu viele Schwarze im Haus haben. Also zündet. Nein. Meine Mama? Ihr bewegst Lian, ich hasse euch. Hä? 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 Genau, blubber, blubber. Ja, warte, dann Unterwascher. Was ist der Unterwascher? Ey, Unterwascher mach ich das nicht. Unterwascher? Ja, Unterwascher. Du bist ein bisschen verwirrt, Junge. Adi ist ein bisschen neben der Spur. Komm, kochsen. Wow. Guck mal die Drogenwirtschaft an und das wiederum finanziert meinen eigenen Reichstuhl. Aber ich bin Drogenboss in Mexiko, ich hasse El Bramo. Aber Luca gibt ja auch die komischen Drogen da, ihre Augentropfen. Die hat Hadi sich wahrscheinlich jetzt während seiner Krankheit reingepfiffen. Ey, nicht spoilern. Gut. Sperr mir in die Flosse. Ja. Hadi, wie macht die Katze? Ja. Macht der Hund? Ja. Wer macht Schwein? Ja, Schwein mit Miau machen. Das Schwein? Wie macht Günther? Ja. Und deine Mama? Wof. Immer nur am Wochenende, oder? Vor allem meine Drogen. Ja, am Wochenende. Genau, meine Drogen. Das war es ja immer. So sieht es aus. Und dann sagst du, dass es funktioniert. Oh, da ist jemand verbrannt. What the fuck? No. Nur mal, Blupper, ich muss kurz ab. Klar. Ja, aber zuhörte Tücher. Von Aldi. Und dann zieht er die durch. Er wohnt ja im Aldi und hat gesagt, kannst du machen immer Piep. Wo hast du denn deine coole Hose her? Ja, von Eldi. Nein. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Peter. Ne, ich bin Willi. Fing doch den Arnos, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso funktioniert das denn nicht? Man muss gestehen, dass Pete Smitty ein Teil der Sony Company ist. Und wir in Wirklichkeit die Playstation 10 sind. Wir sechs Leute. Genau. Oh, mein Gott. Uns gibt es gar nichts in echt. Wir werkeln einfach nur in der Konsole den ganzen. Noi. Ja. Glaubst du, dann nimmst du dir doch nur Tiermedizin, damit du danach Doktor Tod für die Tiere wirst. Hallo, ich bin Jaylicious. War deine Mama? Das kann nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Homo, ey? Über Homos in der Mode. Deswegen muss ich ja Vorurteile nehmen. Achso. Sonst kann ich mich ja anders nicht erwehren. Erwehren? Erwehren? Gegen eure Behinderte Argumente... Nein, hier ist ein Strudel. Ich hab jetzt gerade das Wort mit N verstanden. Manf. Keil. Grazi. Mottenkopf. In Blu-lay. In Blu-lay. M Digit Hach Das ist den Eisgebiet ne, mein Gott Ard nel Geiler Schrei Wenn ich schwimme wenn den irgen jemand da drüber entlleilen könnte als Klingelton Gut, wenn du ne SMS kriegst damit dich immer so erschreckst Boing 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 Bist du grade am Farmen, Harddy? Altl, die kann denn da ficken Ich hab ... ich hab ich Ich kann denn da ficken Die Kann denn da ficken What's she talking about 꽃 Primetime 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 Bin ich zumindest nicht weit von dem... Ah, ne! Anne Frank war der Alan Harper des Zweiten Weltkriegs. Hast du das gemacht? Gekokst. Hüpf, 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 hüpf. Alter, wie sich die Creeper da auf einer Ecke... Weißt du, das sind so unfassbar viele. Alter, Vater. Das gelät ist hier ganz schön frech. Aber nicht. Alter. Mach's ganz zumindest, damit ich wieder zurückkomme. Christian, ich mach dir mal Stein hier hin. Oh, scheiße. Ja, so sah der aus. Loll. WTF, hier stand gerade noch ein Baum? Ja, endlich, Mama. Ich muss da rein. Achso, ich weiß ja nicht, wo der sein Ding da... Sein Schiff hat. Wo ich mein Ding hab, das ist schon eine Beine, baumeltat. Okay. Go, go, go. Alter. Alter, was ist direkt wegsnipert worden? Moment. Wenn du's macht, das. Direkt? Ja, bleib du mal stehen. Alter, was geht denn hier? Oh, lebt für die Eier. Ich hab dann überlebt. Alter. Alter. Die sind genauso explodiert wie diese Kassenbombe. Alter. Wie schnell ich tot war. Alter, wie ihr anläuft? Alter. Alter. Alter, der wird mich da reingeschlagen. Da tut mir leid. Das war ich. Ja, toll, denn es war ein Diamant, aber meine komplette Rüstung. Ja, das war die Rüstung, dann guckst du von mir wieder. Ja, und von der Problem. Du bist ein Hadi. Ich wollte eigentlich auf den Creeper schlagen, der rauskommt. Alter, da war mir ganz noch Schnee mit bei. Das ist doch Bullshit. Der ist ja auch nicht weg. Das liegt ja doch alles noch. Nee, der ist alles, 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 die Creeper spielen gerade damit. Alter. Alter. Wer läuft denn auch immer vor mich, während ich am Glocken bin? What? Ich wollte gerade mein Haus von innen mit Holz verkleiden, aber ich merke gerade, dass offensichtlich durch die Steinmauern das Feuer durchgeht. Wer war die? Oh mein Gott. What? Schädeböden. Mann, nein, Dennis, oh mein Gott, das ist so ein Scherz.